So, ich kann euch hier nicht rauslassen, ohne aktuelles aus der Hip-Hop-Szene erzählt zu haben. Yeah! Wo sind Hip-Hop-Fans? Wo sind Hip-Hop-Fans? Schön, dass der EQ direkt um 50 fällt, wenn man das fragt. Wo sind Hip-Hop-Fans, Junge? Oh, Entschuldigung. Ja, tatsächlich, Sommer ist Hip-Hop-Zeit, muss man ganz klar sagen, endlich könnt ihr in eurem tiefergelegten Corsa mit laut dröhnenden Boxen durch euer Vorstadt-Ghetto fahren und der Welt zeigen, wie hardcore ihr seid. Aber bitte, meine konkrete Bitte, macht an eurem Autoradio die Traffic-Funktion aus. Weil sonst passiert Folgendes, du bist so mitten in deinem Ghetto-Film, den du dir fährst. Yo, two more bitches in the hole, that's life, shit, motherfucker. Und mittendrin Stau auf der A3, Oberhausen Richtung Leverkusen, dort sind Rehe auf der Fahrbahn. Gangster-Image zerstört. Vor allem, wenn einer noch sagt, oh, wenn da Rehe sind, dann fahr langsam. Nein, wir sind Gangster, hast du schon vergessen? So, auf jeden Fall, ich habe ein kleines Medli mitgebracht von Sprechgesang-Künstlern, die außer einer abgebrochenen Schuhlaufbahn alle eins gemeinsam haben. Sie sind teite, krasse Hardcore-Rapper und wir gucken einfach mal, wo uns die Reise hinführt. Ich würde sagen, Herr Kapellmeister, bitte. Und ich ziehe extra meine maskulinste Sonnenbrille an, die ich zu Hause finden konnte. Yeah, eh, Kollege der Boss, eh, yeah. Kollege der Boss, ich komm mit Breitreifen in dein Ghetto, die mehr Profil haben als deine Facebook-Page, du Spacko. Eh, guck mich an, ich bin breiter als die Wandschränke, die ich deiner Thai-Bitch nach der Massage schenke. Eh. Ich bin Haftbefehl, was willst du sagen, bevor ich dich quäle? Aslak-Style, ich kann nichts mehr sagen, ich will aufhören und dich Krankenhausreif schlage. Yeah. S-I-D-O, ich kiff einfach so und halte euch danach für Klassiktypen im Zoo. Ich kann nicht mehr, Mann. Geh ich grad zu weit? Ich habe keine Ahnung, denn ich bin schon wieder breit. Yeah. Eco Fresh, ich rede nur Blech. Ganz egal, ich mache damit Cash. Manche Rapper sind wie Diabetiker-Kuchen. Du kannst sie ohne Eier dir aussuchen. Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Farid Bang, ich rappe im Slang. Keine Grammatik, ich seh das nicht eng. Ist mir egal, wie ne Bitch mit Strapsen. Ich habe im Kopf fast keine Synapsen. Bäm. Bäm. Achtung, Achtung. Stau auf der A1 Köln Richtung Leverkus. Es ist ein Opel Corsa mit vier Halbstarken unterwegs. Bitte überholen Sie rechts und zeigen Sie allen Insassen den Mittelfinger. Dankeschön. Dankeschön und das war's für Generation Gäste. Das war's wieder von mir und den Jungs aus dem Babobus. Wer noch mehr Videos sehen will, einfach hier oben irgendwo klicken. Ihr wisst schon Bescheid. Und ja, wir sehen uns im Knast. Euer Kolle. Tschüss.